verrede wir sitzen alle in einem boot okay teile finden panzer zum laufen bringen nicht sterben ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal hier hoch und schauen wir uns mal um so geht's hier hoch da drüben geht's hoch 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 und umschauen schalldämpfer bingo jetzt hat macht spaß so 12 sind nicht alles gewesen sein vermutlich war schwer einfach mal durchgehend dauerkuchen kukukukuk zwei schuss haben wir 15 schuss haben unser zwei bein quietscht nur so zu info hat auch kurz sagen wir noch mal rein so ich möchte wirklich erstmal ausspielen ob ich nicht irgendjemand übersehen habe okay gut lauf mein freund das ist cool das ist nichts mehr so schön okay so acht und noch einmal nachladen bleib stehen mein freund bleib stehen nicht so bescheiden nein ich sehe dich nicht mehr ich will keinen schuss für golden na jetzt irgendwo drinnen oder doch davor bleib stehen bleib stehen bleib stehen wenn du stehen bleibst kann ich sicher schießen oder so nachladen so kann ich sogar noch stabiler genau luft wieder ok ich sehe zwar wir kann sie nicht markieren gut puch glück gehabt nein springen werden wir nicht von der leiter jetzt hat ich hoffe wir sind jetzt noch sicher so schaut doch mal was wir hier noch zu haben stil handgranate und hier ok und hier hatten wir stolperdrahtbombe lassen wir mal wie hier gar nichts super ah doch da juhu Nummer 1 nicht schlecht da waren es nur noch drei toll drei stück vier leute aber den gott wir schnappen uns wieder hier den turm jetzt darf ich endlich snipen snipen macht mir irgendwie am meisten spaß bei sowas dann ab nach oben ich hoffe lust damit hier oben keiner ist halt dann bin ich im arsch wo ist die leiter da ist die leiter nein hier ist kein ok jetzt hat leg dich hin gewehr ich muss wirklich wieder mehr reden irgendwie so schauen hier irgendwo muss da noch mal einer sein was vorhin waren vier also müssten das hier auch wieder vier sein problem ist die sie gar keinen vierten kein vierter in sicht ich habe ich muss erst mal an schnuppen ähm man hat gehört gehabt damit im ersten weg zum ersten mal ist wirklich scharfschützen bataillon ergeben hat wo anfangs relativ viele gestorben sind weil sie immer auf der selben stelle gewesen sind danach haben im grabenkrieg sich dazu entschieden die stelle zu wechseln als sie haben geschossen sind dann wieder weiter zurück war eine die eine der gefährlichsten leute im grabenkrieg weiß sie halt auf entfernung niemandem kopf ausgeteckt hat sowie der jetzt oder auch noch nicht dann halt tot fahren so was machst du jetzt da drin oder als kommt raus kommt er kommt er kommt er kommt so und nachladen wie viel schuss haben wir noch fünf und sieben wir haben noch drei vor uns also könnte grad so noch langen nein 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 Hilfe wir wechseln auf dieses gewehr was hier doch noch und weine hohen schatten gleichter das war fehler Wieso habe ich mit dem Gehör eigentlich geschossen? Das war ein übler Fehler. Halbzeit. Juhu. Und ich habe einen Alarm ausgelöst. Scheinten, gleich da. Scheinten, gleich da. Nächste Haupt, bitte, bitte, bitte. Kommt er her, er kommt. Oh, jetzt kommt er von zwei. Ich sollte mehr schlafen. Komm rein, hopp. Hey, Kamerad. Alles in Ordnung? Hier geht's los. Wochenende Pause. Was machen die? Ich werde paranoid. Dann erst mal bitte. Ich würde längst thick. Bis dann,Studio.